Musik Freunde, Weihnachten steht vor der Tür mit all seinen Begleiterscheinungen. Die einen jammern und klagen über Stress, die anderen, die freuen sich schon, sind schon in der Weihnachtsbäckerei, manche haben Stress und freuen sich, andere stehen Weihnachten vielleicht etwas skeptisch gegenüber. Von den Kindern weiß ich, die freuen sich vor allem auf die Geschenke. Weihnachten gibt es Geschenke. Jetzt kommt meine Frage an dich. Wenn ich dich frage, was ist das Geschenk Gottes an dich? Was ist das Geschenk Gottes an uns? Was wirst du mir antworten? Was antwortest du auf die Frage, was ist die Gabe Gottes an dich, an mich und an uns? Der eine oder andere, der sagt vielleicht, Gott, mir hat Gott nichts geschenkt. Ein anderer sagt, doch, ich will sagen, Gott hat mir das ewige Leben geschenkt. Das ist sein Geschenk an uns. Das ist seine Gabe. Und wieder ein anderer sagt, na, also ich finde die Bibel, die Bibel, das Wort Gottes, die Heilige Schrift, das ist das Geschenk an uns. Und wieder ein anderer sagt vielleicht, naja, die Kirche, dass ich jetzt nicht mehr alleine bin, das ist das Geschenk Gottes an uns. Das sind gute Antworten. Aber ich glaube, sie gehen ein klein bisschen am Ziel vorbei. Was ist das Geschenk Gottes an uns? Was ist die Gabe, die Gott uns macht? Wir gehen in die Bibel, ins Johannesevangelium. Dort gibt es einen ganz berühmten Vers. Das ist ein Weihnachtsvers. Dort heißt es, dort steht, Gott hat die Welt so sehr geliebt, dass er seinen einzigen Sohn gab. Gott gibt seinen Sohn, auf das alle, die an diesen Sohn glauben, nicht verloren gehen, sondern ewiges Leben haben. Ewiges Leben haben. In manchen Übersetzungen heißt es, dass Gott seinen Sohn hingibt oder hergibt. Aber hier steht geben. Die Gabe Gottes, das Geben Gottes, das Geschenk Gottes an uns, ist sein einziger Sohn, Jesus, der an Weihnachten geboren wird. Und das ewige Leben, das kommt dann, wenn wir dieses Geschenk annehmen, wenn wir dieses Geschenk auspacken. Die Heilige Schrift, die Bibel, die ist nicht das Geschenk Gottes an uns. Sie ist ein Zeuge vom Geschenk Gottes an uns. Sie ist die Bedienungsanleitung, wenn man so will. Für dieses Geschenk Gottes an uns. Und auch die Kirche ist eine Folge. Also alle, die sich auf dieses Geschenk, auf die Person Jesus Christus einlassen, die dieses Geschenk öffnen, entpacken, die stellen fest, es hat ganz, 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 ganz viele positive, großartige, beglückende und erfüllende Folgen. Und die dieses Geschenk zulassen, sich nicht mit dem Geschenk auseinandersetzen, wird ihr von all dem nichts erleben. Jetzt ist es ja so, die Geschenke, die wir an Weihnachten bekommen, wenn du welche bekommen hast, die haben sich nach einem Jahr schon ziemlich abgenutzt. Darum ist es ja gut, wenn es neue Geschenke gibt. Die Socken haben Löcher. Das Handy, das spackt schon wieder ein bisschen rum, das ich bekommen habe. Und die Gutscheine für die Restaurants sind alle schon weggefesperrt, in unseren Zeiten alles schon weg. Deshalb brauche ich wieder neue Gutscheine, neue Socken und hätte natürlich auch gerne ein neues Handy. Die Geschenke nutzen sich ab, je mehr man sie benutzt. Bei Jesus ist genau das Gegenteil der Fall. Bei diesem Geschenk, das Gott uns macht, dass er uns aus Liebe, aus Liebe einfach seinen Sohn schenkt. Und man muss sich das vorstellen. Da schickt er einfach Jesus als Baby in diese Welt. Es gibt ein paar Vorankündigungen, es gibt ein paar Ansagen und dann lässt er dieses Geschenk einfach vom Himmel auf die Erde fallen. So muss man es fast sagen. Völlig ungeschützt, ohne Bedingungen. Es ist wirklich ein Geschenk. Jesus ist das Geschenk Gottes an uns. Das ist total faszinierend. Und jetzt kommt es. Wer dieses Geschenk auspackt und sich auf den Jesus einlässt und sich da hinein begibt, der merkt, dieses Geschenk, es nutzt sich nicht ab. Bei diesem Geschenk passiert das Gegenteil von allen anderen Geschenken. Bei allen anderen Geschenken, die nutzen sich ab. Irgendwann ist die Freude dahin. Irgendwann braucht man eben ein neues Geschenk. Bei Jesus ist genau das Gegenteil der Fall. Je mehr ich mich mit diesem Geschenk beschäftige, je mehr ich mich mit der Person von Jesus Christus beschäftige, je mehr ich mich mit der Lehre von Jesus beschäftige, je mehr ich Zeit ich investiere, um diesem Jesus näher zu kommen, um mich mit diesem Geschenk zu beschäftigen, desto intensiver wird das Glück, desto größer wird die Freude. Also da ist sozusagen die Abnutzung rückwärts gedacht. Das funktioniert genau in die andere Richtung. Je mehr ich mich auf dieses Geschenk einlasse, desto mehr habe ich davon. Gott liebt uns so sehr, dass er seinen Sohn gibt. Das ist das Geschenk, das er uns macht. Kein anderes. Es gibt kein anderes Geschenk. Und in diesem Geschenk kann ich nur staunen, was für weitere Geschenke darin verborgen sind. Ewiges Leben, die Heilige Schrift, die Kirche, Wegweisung, Orientierung, Gemeinschaft mit anderen Menschen, Verheißungen und Perspektiven für eine neue Welt, für ein neues Leben. Das hört gar nie auf, die Möglichkeit zu beten, zu sprechen, nicht alleine zu sein, korrigiert zu werden, Wegweisung zu empfangen, Korrektur zu bekommen. Das hört gar nie auf. Das wird immer größer, immer schöner und immer intensiver. Und deshalb ist meine Empfehlung, alle anderen Geschenke, die wir bekommen, über die dürfen wir uns freuen. Und solange sie uns dienen und solange die Freude da ist, ist es auch gut. Irgendwann ist die Freude weg. Aber wenn die Freude am Jesusgeschenk nachgelassen hat, dann geh nur mal hin. Nimm dir Zeit für dieses Geschenk. Lass dich auf dieses Geschenk ein. Ich will das tun, will dem Raum geben. Weil da wächst die großartigste und die schönste Sache, die tiefste Beziehung, die man sich nur vorstellen kann. Das kann ich wirklich sagen. Dieses Geschenk nutzt sich nicht ab. Und wenn du das Gefühl hast, irgendwie fliegt es nicht mehr um mein Glaube, das ist irgendwie, ich weiß auch nicht, ich bin irgendwie auf der Suche nach einem neuen Kick. Dann hol dieses Geschenk wieder hervor. Schau es dir an. Wag dich. Wag dich zu Jesus hin. Und du wirst erleben, da kommt ein neues Glück, eine neue Herausforderung, neue Perspektiven, neuen Sinn in dein Leben. Jesus ist das Geschenk Gottes an uns. Ein anderes gibt es nicht und ein anderes wird es nicht geben. Aber in diesem Geschenk ist alles verborgen, ist alles enthalten, was wir zum Leben und zum ewigen Leben brauchen. So sehr hat Gott die Welt geliebt, dass er seinen Sohn gab, geschenkt hat für uns. Ich wünsche uns in diesem Sinn Ruhe Weihnachten. Ruhe Weihnachten.